Das Ärgernis der Woche. Mit einer einfachen Lösung von Markus Hahner. Das Markieren einzelner Worte, um diese beispielsweise zu formatieren oder im Text zu verschieben, ist in Word eigentlich ganz einfach. Dennoch bringt mich Word regelmäßig fast zur Verzweiflung. Hierzu ein kleines Beispiel. Ich habe einen Arbeitsplan vorbereitet, in dem ich nun die per E-Mail erhaltenen und in das Dokument kopierten Namen übernehmen möchte. Da mir bei einigen Namen nur der Nachname zur Verfügung steht, begrenze ich mich generell nur auf die Nachnamen. Also einen Doppelklick auf den Nachnamen ausführen. Der Nachname wird markiert. Jetzt klicke ich den Namen an, halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe den Namen einfach in die gewünschte Zelle. Das Ganze wiederhole ich nun mit dem nächsten Namen. Ich führe einen Doppelklick aus, halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe den Namen in die gewünschte Zelle. Doch was passiert? Irgendetwas stimmt hier mit dem Layout nicht. Zur Kontrolle schalte ich nun die Anzeige der Formatierungssymbole auf der Registerkarte Stadt ein. Und siehe da, hinter dem zweiten Namen hat Word zusätzlich die Absatzmarke mit übernommen. Ich mache das Ganze nochmal rückgängig, um zu erkennen, was denn hier tatsächlich passiert ist. In der Zeile mit Vor- und Nachnamen sorgt ein Doppelklick dafür, dass tatsächlich nur der Nachname markiert ist, entsprechend beim Verschieben auch nur der Nachname verschoben wird. In der Zeile, in der sich nur ein einzelnes Wort befindet, markiert Word beim Doppelklick aber zusätzlich die Absatzmarke mit. Entsprechend wird nun beim Verschieben auch die Absatzmarke mit verschoben, was zu dem unerwünschten Effekt führt. Was muss ich tun? Sofern sich in einem Absatz mehrere Worte befinden, genügt ein Doppelklick auf das letzte Wort und das Wort wird korrekt markiert. Befindet sich in einem Absatz aber nur ein einzelnes Wort, so wie hier bei Müller, und ich führe einen Doppelklick aus, lasse ich nach dem Doppelklick die linke Maustaste gedrückt und verschiebe nun den Mauszeiger ein klein bisschen nach links. Das hat zur Folge, dass Word sofort die Markierung reduziert und die Absatzmarke nicht mehr enthalten ist. Ich kann das Wort nun bequem verschieben. Resümee? Doppelklick auf das gewünschte Wort, die linke Maustaste gedrückt lassen, den Mauszeiger ein klein bisschen nach links verschieben und schon ist alles korrekt markiert. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Markus Haner. Übrigens, über die E-Mail-Adresse word-at-schauen-stadt-lesen.de nehme ich gerne Anregungen für das Ärgernis der Woche auf. Einfach maximal ausführlich beschreiben, Namen und Word-Version drunter und dann nix wie her damit. Und vielleicht gibt's hier schon bald die passende Lösung. Ah本, das war es so. Vielen Dank.